Moin miteinander! Heute erwartet euch ein ziemlich knackiges Video. Erstens, wir fangen damit an, beziehungsweise teilweise den blöden Fußballkäfi fertig zu machen. Zweitens, endlich ist es soweit, wir beginnen damit, die Garage des Grauens aufzuräumen. Die Garage gleicht einem Kriegsschauplatz und hier verstecken sich Manschätze, die teilweise 10 Jahre alt sind. Außerdem ist es saukalt. 3 Grad, Regen. Kurze Hose, Alter! Richtiges aus Friesenwetter also. Freitag, der 18. November, 12.37 Uhr. Auf geht's. Mojoke! Mojoke! Wir haben so viel vor am Wochenende. Wir müssen viel schaffen. Und er sitzt da hinten zu oxidieren. Ja, ist da am Pusten da, ne? Mit seinen Laubpusten, mit seinen Jetpack. Worauf freust du dich am meisten? Garage aufräumen, das wird heftig. Was meinst du, dass wir da alles finden? Das wird richtig gut, da sind noch Schätze drin. Da soll doch ein uralter Amboss drin sein. Ja, da müssen wir da einen Gestellbaum für, dass wir da auch richtig schön Pusten liegen. Ja, ganz gut. Verlust mit dem Hobel. Ja. Der muss auch noch sauber gemacht werden. Ja. Ich hab er ja nicht gerne, ist aber schon kalt. Bro! Bist du bescheuert? Was hast du denn für einen modischen Stonewashings? Aber wo kriegt man sowas denn her? Du siehst ja aus wie so einen richtigen amerikanischen Actionheld. Richtig was zu schaffen, ne? Ja. Sockerkäfig fertig machen, Garage fertig machen, es ist schweinekalt und du bist hier mit deinem Jetpack am rummopedieren. Ja, hier muss auch immer zwischendurch das sauber gemacht werden. Wenn wir nach unten gehen, dann sagen die Leute auch, du hast einen an der Waffe. Ja, aber man arbeitet sich ja warm. Seit wann arbeitest du dich warm? Ja. Du tratschst schon wieder die ganze Anlage in Wahnsinn, bevor wir angefangen sind. Weil ich so aufgeregt bin. Warum bist du aufgeregt? Damit wir anfangen können. Seit wann bist du aufgeregt? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Fahr noch schneller! Langsam um die Kurven. Musst du wieder bald drehen mit dem Ohr? Ist das kalt, Junge? Ist das kalt? Ich hab ne kurze Hose an. Huh. Huh. Du seid auch kleine Prinzessin, ne? Weil wir nicht anfangen wollen. Anfangen. Anfangen sind wir schon seit halb zehn, wir beiden. Ja. Ja, ja. Ein bisschen kalt draußen. Ist wirklich kalt, aber wir wollen ja nicht anfangen. Und das ist nämlich Udo. Udo ist das gewohnt. Von der Werft hier. Udo, das steht für Qualität. Ja, Udo steht wirklich für Qualität. Das U ist für Unterwäsche. Wicke, warum kommst du jetzt auf Unterwäsche? Ja, stell mir mal vor, wie du in deinem pinken Schlüpfer am Kamin liegst. Ich mach da egal auf. Ich hab Schnäppnase. Ja, du hörst mir von Schnäppnase. Udo, wenn du in Zukunft dann nicht still wirst und mich beleidigst und sowas, dann läuft der nächste Kaffee aus deiner Nasenlöcke. Dann hau ich dir nämlich Kaffee, mach ich in den Kopf fest. Achso, solche Drohungen, da lacht ihr Bein drüber. Ja, weil schon lustig war. Ja, war lustig. Ja, natürlich. Warte eben. Wo ist die Sterne? Warte jetzt, wo ich mich kratzen soll, wenn ich lachen soll. Zwischenstand. Mal wieder nichts geschafft. Erstmal Kaffee trinken und dann geht's los. Sieben Jahre für Mord, das hab ich schon so oft gesagt. Ist nicht lange. Aber wir haben Ruhe hier denn. Du sollst hier nicht drum. Ihr droht mich dann mit der Kaffeemaschine durch den Kopf ziehen und das Kaffee durch die Nerven lecker und ich darf nicht drohen. Warte, was war denn in der Kaffeemaschine? Du hast hier Mord angetraut, Udo. Ich hab keinen Mord angetraut, das hast du dir überhört. Ja, das sind mein Schokoladenkeks essen. Wann fangen wir an? Wilke, wir haben doch jetzt erst gesagt, wir wollen Kaffee trinken. Du lass uns doch erst einen Kaffee trinken. Ich bin aber so aufgeregt. Ja, ich kann mir vorstellen, weil du aufgeregt bist. Weil du dir das vorstellst, dass du das Schätzchen findest. Da sind Schätzchen in der Garage. Nee, da sind nichts Schätzchen. Wenn du eine Ratte da findest, dann schalst du den ganzen Dorf, dann ist schon eine Asche. Du fährst gleich zur Zoo-Handlung, du holst ein paar. Was ist los, Udo McFusch, der Mann, der Spackschrauben mit einer Rohrzange in der Wand festhaut? Ey, wo hast du den Spruch denn weg? Du hast mir überlegt. Was warst du am meckern? Ich hab dich schon wieder meckern gehört. Ja, wenn du hier was suchst, hab ich gesagt, dann ist wie Alice im Scharaffenland. Im welchem Land? Im Scharaffenland. Ha? Im Scharaffenland. Was? Schalaffenland. Was? Ja, wo die ganze Süßigkeit an den Bäumen hängen. Ja, wo? Schalaffenland. 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 Wie heißt das? Schalaffenland. Schla... Jetzt kann ich's auch... Ja, du sagst. Schalaffenland. Nee, Schalaffenland. Schalaffenland. Was? Schalaffenland. Ich kann's auch nicht mehr. Ja, siehste, da bin ich doch nicht alleine blöd. Schalaffenland heißt das aber auch nicht. Schalaffenland? Schal... Ich weiß das nicht. Ja, du ging deinen Sohn durcheinander. So fühlt es sich also an, du zu sein. Ja, wenn man das nicht weiß... Ich will, ich will, ich will, Schlaraffenland. 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 Ja, Schla... 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 Ja, dann musst du eben gucken. Ja, ist nicht. Schla... Ich kann's hier. Ja, aber das Ding noch nicht richtig festgemacht. Das ist ja hier wie auf dem Jahrmarkt. Ja. Scheibenwerfen. Ja, Scheibenwerfen. Ey, Kik, hau ab! Gut auf! Hau ab! Alle da am Boden. Ja, aber das ist doch deine Garage. Ja, das ist doch deine Garage. Ja, denn jetzt ist es meine Garage. Jetzt ist es auf mal meine Garage. Dann wird morgen anders. Morgen wird hier richtig was gemacht. Das ist richtig schier warm. Ja, ja. Hier ist gar kein Ding mehr dran. Muss ein Blech drum zu sein. Leck mich am Arsch hier, hat ein Blech. Der ist ja noch kleiner. Oh, Leute. Ja, drück den jetzt einfach durch. Warte. Das ist der nicht. Oh, ein Lochkreis wird's gehen. Muss man ein bisschen aufpassen mit den Finger. Wieso habe ich die Kamera dann nie an? Wenn man die Füße auch noch kalt hat, dann fällt da auch noch was drauf. Was soll das denn da darstellen? Ein Mahnmal? Oh, wah. Nee, das werde ich gleich noch wegräumen. Wieso dann nicht gleich wegräumen? Nee, weil du jetzt die Band dran machen willst. Das willst du filmen. Du holst das ja während der Arbeit da weg. Du hast das da noch hingestellt, Udo. Ja, ich bin doch noch nicht fertig. Das will ich auch noch. Warum hast du das doch nicht fertig gemacht? Nee, weil wir jetzt erst die Band dran machen. Komm, keine runter. Udo, wer stellt denn hier Schrauben hin? Ja, nee. Boah, meine Finger sind schon so kalt. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Band dran machen. Was willst du jetzt? Ich geb's auf. Ja, besser. Projekt 1 ist leider gescheitert. Udo und Timo haben bemerkt, dass die Banden zu groß sind und alles neu ausgerichtet werden muss. Alter Schwede, ist das kalt. Hör auf zu holen. Was ist mit dem euren Heizlüfter? Na ey, ihr wollt doch nicht die Vögel hier bewärmen, oder was? Die was? Die Vögel. Was? In Garage stellen, dass man seine Hände da mal vor. Ich kann gleich keine Schraube anpacken, Junge, weil Hände sind kalt. So, fahr das Ding raus, vor Glück. Wir wollen jetzt anfangen, wir müssen anfangen. Heute ist großer Tag begonnen. Keiner hat damit... Gekommen. Oh ja, gekommen. Was hab ich denn gesagt? Begonnen. Begonnen. Ja, wir beginnen auch ja. So, und da hat keiner mitgerechnet, aber wirklich, wir gehen jetzt bei der Garage bei. Und beigehen heißt nicht aufräumen, sondern die wird komplett ausgeräumt. Ja, heute steht an, alles auszuräumen, alles komplett. Ganze Garage raus, also den Inhalt raus. Und dann komplett wieder vernünftig mit Systemen einzuräumen. Oder ne? Udo, auf mit der Luft, da kann man richtig fein Dürraumen, ne? Wenn das richtig fein kalt ist. Wir brauchen noch ein paar Tage mehr, dass es so kalt ist. Dann können wir hier, Schlittschuh fahren. Schie. Bevor wir uns wieder... Udo, du fahr den Trecker da raus. Ja, bevor ich gerade vorstelle. Und mach den Heizluf dann bitte an. Was willst du? Meine Finger sind kalt wie Hölle. Guck dir mal an, hier. Ihr habt doch Handschuhe an, ihr habt gar nichts an. Die Kralle. Die Kralle des Schreckens. Dann gibst du doch so einen Film, wo die Hand dann läuft so. Eiskaltes Entchen, die Appel. Der hat auch so tätowiert. Das fängt ja schon so an, dass du hier nicht mal ne Kamera abstellen kannst. Guck mal, was ist das? Ja, man kann hier nicht mal ne Kamera abstellen, weil das hier aussieht wie explodierter Elefantenarsch. Hier wird auch alles so hingeschleudert. Und das ist der Grund, warum man diese scheiß Garage mal aufräumen muss. Ja, darum gehen wir da auch. Jawohl, ich weiß gar nicht, was du hast. Das System ist das. Ist das nämlich jetzt? Dann seid ihr nur am Zitter. Udo, eben kurz die Finger aufwärmen, bevor wir hier los sind. Kurz, ich kenn dich. Kurz, ich fang jetzt an und bring die ersten Sachen raus, weil ich möchte auch denn mal was erleben hier. Was ist das hier eigentlich für ein Sammelsorium an Schrauben? Ja, das kommt von unseren ehemaligen hier. Ja, aber das kann doch nicht wahr sein. Jede Schraube einzeln sortiert. Harry Knitter, du. Ja, Harry Knitter, Knitterbock. Du bist ein Knitterbock, weißt du. Du lass mich erst den Finger aufwärmen. Ja, das geht. Ja, hier legt der Hau. Uh, uh. Uh, Udo. Wannst du was? Boah, hell gesehen. Hast du einen an der Baffel oder was? Herrlich. Hat der auch noch mehr PS und kannst noch mehr aufdrehen, oder? Nee, der hat nicht mehr, oder? Ja, ich sehe schon. Die Sicherung fliegen gleich wieder raus. Der 3-Kamil, ja, sicher. Liebe Leute da draußen, das ist hier nicht nur ein bisschen Garage aufräumen, sondern das ist das absolute, blanke, Elefantenarsch-Explosionschaos hier. Und wir finden hier Schätze, das wird mir keiner glauben. Weil dieses Ding wurde seit 10 Jahren nicht ausgeräumt. Seid gespannt, was hier alles los ist. Ob die Haare anfangen zu brennen? Ja! Dann sehe ich aus wie Hades bei Hercules. Was ist bei euch denn los? Rauchorgelkonzert? Au revoir! Guck mal, so was findet man hier in der Garage. Das wird einfach nicht benutzt. Wofür ist das? Das sind solche kleinen... Ja, da kann man Schrauben und sowas alles reinpacken. Schraubenzieher, hier kann man Schraubenzieher reinmachen und die hängen wir nachher alles fein schön an der Wand da. Warum wird das nie benutzt? Habe ich es besorgt? Ich wusste doch noch nicht mal, dass es hier steht. Das ist deine Garage? Ja, und? Weißt du, dass ich jetzt in jede Ecke gucke? Nein. Kannst du ja auch nicht, weil hier jede Ecke vollgestellt ist. Ja, richtig, genau so ist es. Das war ich alles alleine, ne? Ja, natürlich. Wer hat dann die Lampen zum Beispiel oder die Netze gekauft und werden da hingeschmissen? Die sind vom Fußballkäfig. Die würden da ja nicht liegen, wenn der Fußballkäfig fertig wäre. Wer hat die Netze gekauft? Ja, guck mal, Udo. Das sind Vogelschutznetze, die wir für die Plätze benutzen. Wenn man da einen vernünftigen Platz für hat, dann könnte man sie hier hinhängen. Aber nee, kann man nicht, weil hier irgendwelche Schamhaare von hier rumliegen und irgendwelche hier Sadomaso-Rohre. Was ist das? Warum? Wofür? Weiß ich denn? Ich weiß ja gar nicht, wer das benutzt hat, das Rohr. Ich weiß aber, das kannst du... Schrei mich nicht so an, ich bin nicht deine Schwiegermutter. Und nicht dein Schwiegersohn. So, warte. Mach nochmal. Das ist jetzt die Rache. Das Rohr haben wir bei der letzten Komposttoilette benutzt. Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Hier sehen Sie die Garage des Grauens. Das Problem ist, das muss ja nachher... Das schaffen wir ja nicht in einem Tag. Das muss ja auch alles wieder rein, weil der Trecker hier rein muss. Das müssen wir nachher alles wieder reinparken. Wir fangen ja erstmal an auszuräumen. Und vor allem auch, wir müssen irgendwie erstmal ein System haben, was im Müll muss und was nicht im Müll muss. Richtig, das habe ich auch Timo schon gesagt. Alles, was wir nicht mehr gebrauchen, die alten Farben, die sind fast, die sind hart. Die werden da hingestellt, die werden entsorgt. Haben wir da keinen Anhänger hier? Nein, haben wir leider nicht. Unser Anhänger, der braucht einen neuen Buch. Das ist ja schon wieder gar nichts organisiert. Nee, warum sollen wir organisieren? Nein, das ist ja das Lustige hier. Hier wird nie was organisiert. Und unser Anhänger, den wir vom Sportbrenner brauchen, muss eine neue Platte rein unten im Boden. So, Lanz anfangen aus, Freunde. Alles jetzt erstmal raus, von hinten nach vorne. Ich hole jetzt erstmal einen Tisch von nach hinten und dann stelle mir hier erstmal einen Tisch hin, wo die ganzen Werkzeuge und so war. Da fliegt ja wild Werkzeug drin rum. Ja, das muss erstmal alles. Ich hole das einfach. Ich will hier nicht lieben. Aber ist egal. Oh, wie schön ist es doch heute hier. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Wenn ein Plan funktioniert und der funktioniert hier gar nicht. Hier, guck mal hier. Da werden Schaufeln gekauft. Für den Platz. Weil er das alles so rausstecken will. Und die sind noch eingepackt. Also sind die nie benutzt worden. Ja, aber es ist ja top, wenn die noch eingepackt sind. Dann können die im Sommer benutzt werden. Der Tisch soll nur Werkzeug, Udo. Das sieht ja nicht aus wie ein Werkzeug oder was ist da? Das ist aber für den Trecker. Ja, aber das gehört doch nicht auf den Tisch. Das war für den Extratisch. Der wird da hingelegt. Udo, du sollst nicht so ausrasten, wenn du scharfkantige Sachen in der Hand hast. Hab ich nicht. Hier. Guck mal. Eine Schaufel. Ne? Jetzt pass mal auf. So, pass auf. Jetzt kommt das System nach Wilke. Ein Tisch, nur Werkzeug. Der Tisch, Treckerersatzteile. Können wir gleich einen Plomarkt hier aufmachen. Ja. So. Der treibt mich schon wieder einen Wahnsinn. Wieso? Weil der schon wieder aufgedreht ist ohne Ende. Was? Hier. Den Scheele hat er besorgt, aber die Schuppe hat er nie draufge... Oh. Oh, da liegt noch ein Schaufel. Dann machen wir den gleich fertig. Hier. Hätte ich den Mann nicht geholt. Dann werden wir ihn auch noch fertig machen. Dann ist mir wohl nur, dann hättest du doch kein Schuppe stehen. Natürlich. Ja, komisch, der passt, Udo. Und was ist denn? Ja, da muss der Schuppe rein. Zack, Timo packt das an, Udo. Brandneue Schaufel. Ja, brandneue, die ist alt ist die. Guck doch eben. Ja, was denn? Hier, dein Werkzeugfriedhof wurde nie benutzt, die trotzdem scheiße aus. Timo, guck eben, wie viele Werkzeuge hier liegen und nie benutzt wurden. Ich hab mal gefragt, haben wir Stichsäge? Nee, haben wir nicht, hier liegen zwei Stück. War? Wusste ich auch nicht. Udo? Ja. Wo gehört das zu? Was? Das, was war das? Das sind Spanngurte. Genau, da brauchen wir einen Extratisch für Spanngurte. Wir wickeln die gleich auf. Satan, jao! Wir brauchen einen Spanngurttisch, Udo. Nee, Aufwickeltisch brauchen wir. Zu welcher Kategorie gehören die denn? Zum Anhänger. Dann brauchen wir einen Anhängertisch. Ja, Timo, oder nicht? Wie kann man vier Tische hier nebeneinander stellen? Oh, Satan, sind meine Hände kalt. Marias ist. Dafür, dass wir keine Stichsägen haben, haben wir ziemlich viele Stichsägen. Hier ist ja auch noch eine. Ja. Wenn man dich fragt, nee, haben wir nicht. Nö. Wieso? Weil ich damit arbeiten muss und dann sag ich lieber nein. Dann brauch ich da nicht mit arbeiten. Du hast noch nie in deinem Leben damit gearbeitet. Das Ding haben wir bei den Bandenaufbau. Ja, Timo mitgearbeitet. Ja, gut, dann Timo hat damit gearbeitet. Timo hat damit gearbeitet. Guck mal, Timo, ne Stichsäge, die wir wieder nicht haben. Wir machen mal den Klomakt. Hol noch ein Tick. Genau das ist es, was ihr jetzt macht. Was haben wir gesagt? Von hinten nach vorne. Aber ihr fangt wieder vorne an. Aber wir müssen es doch sortieren. Oder willst du hier die Tische wieder komplett vollmüllen? Wofür ist der Tisch denn jetzt? Wir müssen es doch sortieren. Oder willst du es alles auf den Boden schmeißen und Peter Ludov anrufen, damit er hier rumsortiert? Hier raus. Dann kommen wir da hin. Vorschlag von Timo. Was macht ihr? Ihr fangt da an. Die Werkzeuge, die wir nicht haben. Das sind alles Werkzeuge, die wir nicht haben. Ach, guck mal, Udo, hier oben. Was ist da denn noch drin? Auch irgendwas, was... Ja, Schuhe kann. Weg, weg, schiehlt. Hier. Stichsäge kommt da rein. Herr Lesser. Oh, oh, ich halte ihn fest. Ja, ich halte ihn fest. Da ist die Stichsäge drin gewesen. Ja, und warum ist die da nicht mehr drin? Weil die da oben drauf gelegt worden ist. Und warum packt man die dann nicht wieder rein? Ja, ich bringe den Koffer da hin. 1.000 Bits da drin. Und wir haben nicht welche. Das wird hier jetzt aufgeräumt. Was ist das? Weihnachtskugel. Das ist kein Weihnachtskugel. Oder so ein Pokémon drin. Kommt gleich ein Dumann da raus. Ach, Hundebeutel. Hier bitte das Scheiße hier von deinen Laternen einpacken. Aber habe ich auch gemacht. Hier, guck mal, Udo, Zollstücke, die du nie benutzt. Die habe ich da hingelegt. Die benutzen wir. Das ist gerät, das ist gerät, das ist gerät. Das ist gerät. Das ist gerät. Ja, das hat es doch meiner. Die Netze, da müssen wir drauf aufpassen. Ja, die liegen wir da oben. Jetzt ja noch nicht. Erstmal alles raus, das machen wir vernünftig. Timo hat... Kannst du hier doch weglegen. Timo, das muss doch alles erstmal raus da oben. Du kannst doch nicht... Udo, du kannst doch nicht anfangen, die Sachen einfach wieder hochzulegen. Erstmal alles raus war das System. Ja, das System. Alles? Du willst alles hier raus machen? Ja, natürlich, das müssen wir auch mal vernünftig sauber machen. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 10 Stunden. Udo, guck eben, hier ist der Bolzenbrenner, mit dem wir nie gearbeitet haben. Wir haben jetzt keine Zeit für Bolzenbrenner, wir wollen hier aufrollen. Das sieht aus wie eine Trompete. Wir haben keine Anschlüsse, wir haben keine Anschlüsse. Herr Backe voll. Hier, Udo, hier ist Panzerband, was wir nie hatten. Ja. Udo, auf welchen Tisch kommt das Klebeband auf den Treckertisch oder den Werkzeugtisch? Werkzeug. Ja, aber das kann man ja auch für einen Trecker benutzen. Ja, dann teilt es doch einfach. Ja, auf welchen Tisch denn jetzt? Was ist das denn geiles? Guck mal, Timo. Ja? Was ist das? Was ist das? Weiß ich nicht. Ja, wie, weiß ich nicht. Kurkenzieher. Was ist das? Das ist ein Werkzeug, Udo. Das ist ein Rohrschneider oder was? Nee, da kannst du Rohr mit einspannen. Dann ist das ein Werkzeug, oder nicht? Ja, das ist so ein Spanngerät. Guck dir das mal an. Mach den Tisch auch noch kaputt. Udo, du musst dich mal jetzt. Udo, Udo. Ich weiß, du bist Testosteron geladen. Aber guck mal, das sind doch Sachen hier, da muss man sich eben... Das ist doch geil. Guck mal. Da mögen die wohl schon 1700 mit Rohre gespannt haben, oder was? Da haben sie vergessen, den Kopf da mit einzuspannen. Aber hier ein Schätzchen gefunden. Hier, Udo, guck mal, hier ist ein Spachtel, den wir nie hatten. Ich habe doch letzte Woche nach dem Spachtel gefahren. Den haben wir nicht. Ja, doch. Oben liegt der, der zweite. Den habe ich doch hier weggeholt. Ich habe einen breiten und einen kleinen mitgebracht. Was ist das? Das war früher ein Fernseher. Da haben wir ein Päte vongebracht. Mir präsentiert die Tagesschau. Guten Tag. Guten Abend, meine Damen und Herren. Rostock. Das Schiff ist vom Wasser. Äh, das Schiff. Steenfelde. Drei Mann im Chaos untergegangen. Garagenflug in Steenfelde. Äh, was gibt es denn noch Neues? Oh ja, das Wetter. Minus drei Grad. Richtig helliger Sonnenschein. Es ist neun Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Genießen Sie Ihre freie Zeit. Bis dann, bis morgen Abend. Auf Wiedersehen. Das kannst du fragen. Das ist ne Theke, ist das. Was sind das hier denn für Dinger? Ja, die hat Harald, glaube ich, angefettet. Und zwar, was hat der auch noch hier? Die kommen in Beton rein. Als, äh, ja, ich weiß es nicht. Harald hat die gemacht. Hast du das geschweißt? Nee, Harald hat das gemacht. Was hier alles umdreht. Hier, Timo. Timo, guck eben. Schlauchklemmen, die wir nie hatten, sind auch hier. Ja, die hab ich von zu Hause weggebracht. Die hab ich hier hingelegt. Wo soll das hin? Wo kommt's hin? Werkzeug. Richtig, mein Junge. Nee, das ist ja kein Werkzeug. Das ist Werkzeug. Ist eine Schlauchklemmen Werkzeug? Nee. Eigentlich gehört das zur... Zubehör. Zubehör. Wo ist der Zubehörtisch? Den haben wir noch nicht. Nee, kannst du mal da... Dann machen wir einen Zubehörtisch. Ja, der ist hinter dem Werkzeugtisch. Da hat Tim auch schon Zubehör hingestellt. Stimmt, das ist nämlich Werkzeugzubehör, Udo. Gut, dass du mich dran erinnerst. Haben keine Eckpahnen. Hab ich nicht gesagt. Das ist echt scheiße. Ich hab das mehr wie gedacht. Das wird ein langer Tag, wird das hier. Was ist das hier, die für ein Ocolyt? Kann man da irgendwie Schnaps mitbrennen? Nein, das ist... Das hat's hart. Ja, das ist hart. Was ist das? Der ist mir voll auf Musikknochen drauf. Der ist mir voll auf... Was ist das? Das ist ein Lüfter. Ja, ich wollte es erklären. Das ist ein Lüfter für die Pommesbude ist das. Wozu gehört das Zubehör oder brauchen wir einen Pommesbude-Tisch noch? Du hast... Weißt du, du hast gleich... Ja, aber braucht man sowas überhaupt noch? Nee, das kann weg. Schrott. Müll. Das ist Metall, da gibt es Geld für. Guck mal, jetzt kann man ja schon mal sehen. So könnte das hier aussehen. Was ist das denn hier? Das sind Sicherheitsspenden. Ist das Zubehör oder ist das... Dann müssen wir einen Sicherheitstisch machen. Nee, das kommt hier erstmal hin. Das wird nachher alles aussortiert. So. Ihr kommt eigentlich immer nur alles da vorne hin und dann wird es wieder aussortiert. Weißt du... Äh... Nee, ich will mich auch nicht aufregen. Es ist ein herrlicher Tag heute. Oh ja. Ja, das ist schlecht. Ist da was? Nein. Ihr sagt auch nicht... Gudo. Ja. What is? Nix. Ich hab nur was geguckt hier. Was is? Ich hab Angst vorraten, das wisst ihr. Ja, aber du weißt doch gar nicht, was da oben ist. Das wissen wir. Das sind Stehtische und das ist alles mit Metall, das hat Harald und Herrmann da oben hingedacht. Ich hab den Leiter holen, wir gucken da oben mal hoch. Ja, nein, nein. Das sind glaube ich... Ich brauche den Handfeger. Wofür? Dann will ich den Bord schon abfüllen. Nein, den brauchen wir jetzt noch nicht. Einfach alles raus. Du willst anfangen, den Handfeger bis hier jetzt zu arbeiten, Udo, und dann räumst du es wieder weg. Und das ist ja auch Blödsinn. Udo, guck mal. Ja. Das ist Schleifpapier, was wir nie hatten. Ja, schön. Hier, da ist noch ein Brech, der hat den Weg. Dann nimm die da weg. Was? Da ist ja die Brechstange, die wir auch nie hatten. Zeug, ne? Ja, sag ihn noch mal. Hatten wir nie, liebe Leute da draußen. Hatten wir nie. Haben wir eine Brechstange? Ne, dann haben wir nicht. Haben wir Schleifpapier? Ne, das haben wir nicht. Müssen wir neu kaufen. Ist Schleifpapier Werkzeug oder Zubehör? Das kann man ja sehen, wie man will. Zubehör. Okay. Den nervt. Den nervt. Der steht so gut dran, dass der nervt. Udo. Wofür sind die denn gewesen? Lüfter für die Abzauernlage. Ach so. Und wer hat es besorgt? Was ist das für ein Material? Was meinst du? Das ist verzinktes Blech. Ja, wo soll ich das denn wissen? Bin ich seit 38 Jahren mit einem Metall verheiratet? Ne. Moin. Im Raucherpause. Im kurzen Gedankenpause. Oh, hier. Oh, ist das kalt. Sind ja auch noch so viele Werkzeuge. Guck mal, hier ist das Maßband, was wir übrigens nie hatten. Aber wenn man fragt, haben wir das nicht, oder? Doch, haben wir es. Was ist hier? Hier. Ein Bodensprengerkopf, wo ich mal nachgefragt habe. Haben wir auch nicht. Das ist der, den du direkt im Boden steckst. Ja, das weiß ich. Ja, aber wenn ich frage, haben... Aber sowas kannst du ja auch nicht finden, wenn das versteckt in der Ecke rumkümmelt. Aber hier ist alles Werkzeug, was wir nicht haben. Und guck mal, wir haben kaum Werkzeug im Verein. Was ist das? Endlich mal der Chaos aufgeräumt. Endlich mal. Untergezogen, Kabel hängen auf. Ja, das ist nicht. Hier, nun kotze ich gleich. Jetzt kotze ich gleich. Ich hau die Dinger mit der Axt da rein. Ne, wir haben keinen Vorschlaghammer. Dann Vorschlaghammer. Das ist mein Goldschätzchen, der ich zum Geburtstag von den Zuschauern geschenkt gekriegt habe. Da bin ich so stolz drauf. Geiler Werkzeugwagen, den hast du von Zuschauern geschenkt bekommen. Der wird auch so gut wie nie benutzt. Weil hier sind teilweise Sachen drin, wo die Folien noch draufklicken. Aber guck mal, das ist ja auch nicht. Das geht ja auch nicht. Da wird ja auch jeder Zuschauer einen Hals kriegen, wenn man hier Werkzeug benutzt und das rein wird. Das ist undankbar. Ne, das ist nicht undankbar, das machen andere Leute auch. Nicht du ich. Ja, das sag ich doch gar nicht, dass du das machst. Du brauchst doch nicht immer direkt ausrasten. Doch, ich raste auch. Aber pass es doch darauf auf, wenn einem das gehört oder nicht. So, pack da den vernünftig da ein. Rausschieben nach dem Moped, da muss sich jemand mit Vernunft bei und der muss auch vernünftig sauber gemacht werden. Nicht mit dem Besen, sondern... Hier, siehst du, da haben sie gebraucht. Das Ding lassen sie drauf. Fertig. Oh, Torbenmädler herkommen. Dann muss sie mit dort hier. Lassen wir das Ding in, weil ich... So, bring jetzt raus. So, liebe Leute, das ist der Zwischenstand. Das ist schon wahnsinnig, was wir hier rausgeholt haben. Wir sind noch nicht mal zur Hälfte gekommen. Und es kommen immer mehr Schätze raus, was wir schon seit Jahren vermisst haben. Das ist mal nur so. Und jetzt wird klar Schiff gemacht. Ich hoffe, das Video, Teil 1, hat euch gefallen und jetzt aufgepasst. Die Gewinner vom Gewinnspiel findet ihr in der Beschreibung. Wir verlosen nochmal drei Fanschalls. Dafür müsst ihr nur in den Kommentaren Fanschall einschreiben. Roboter. Und wer uns lieb hat, das ist jetzt ganz wichtig, dann teilt das Video, das richtig teilen. Explodiert. Du explodierst vor allem. Du musst explodieren. Ja, nee, aber Leute, wenn euch, das will ich, wenn ihr euch, uns an Herzen gewachsen seid, oder ihr, oder ich, oder wir, oder alle am Herzen gewachsen, dann teilt das Video. Das muss richtig mal explodieren. Daumen nach oben, Kanal abonnieren, habt einen schönen Sonntag bis Mittwoch. So, und jetzt? Nee, doch wunsch ich nicht aufklatsche. Wenn ich das sehe, dann ist, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Sonntagmorgen hier ein Auto machen. Ich weiß gar nicht, was ein Auto ist. Jedes Mal dieselbe Kacke hier, Sonntagmorgen. Dann kommt ihr auf solche Trichter. Wir müssen Aufnahmen machen, Outroaufnahmen. Ich hätte wohl ein Auto, aber doch keine Outroaufnahmen. Mein Gott, nee. Sonntagmorgen, wo ich normalerweise mit Windchern zu frühstücken, schön am Tisch sitze. Jetzt soll ich auch noch den Trecker rausholen, oder was? Sonntagmorgen hier den Trecker rausfahren, damit mir der Nachbar noch mehr auf den Schlips geht. Ja, direkt. Weißt du, der hat mir noch mehr lieb als sonst was. Das ist so. So was Blödes habe ich in die Tür. Ja, jetzt fahre ich hier das Auto. Ich fahre ich das Auto. Hier, Auto. Ja, liebe Zuschauer. Danke, dass ihr euer, unser, unser, unser bescheuertes Video immer anguckt. Teilen, Teilen, Teilen und Liken. Und Daumen nach oben lassen für sowas Bescheuertes. So, jetzt muss ich umdrehen. Herr Gott, nochmal. Das ist die ganze Scheiße hier. Jetzt wird er jetzt in die Garage. Schaut, schaut, schaut. Schaut einfach mal in unseren Shop vorbei. Da unterstütze unseren Verein mit. Also, ist ganz lieb von euch. Und, wie gesagt, das Video immer schön teilen und liken. So, und jetzt fahre ich in die Garage. Jetzt kannst du mich mal am Arsch legen. Ich will jetzt nach Hause. Ich will heute wieder frühstücken. Nein. So was Bescheuertes. So ein Hackmack hier am Sonntagmorgen machen. Kriegst du noch eine Krise hier.